Herzlich willkommen zu diesem Video über Wahrscheinlichkeiten beim Skatspiel. Grundlage dieses Spiels ist das sogenannte französische Blatt, das aus 32 Karten besteht, nämlich der Karo 7, der Karo 8, der Karo 9, der Karo 10, dem Karo Buben, der Karo Dame, dem Karo König und dem Karo Ass und diese 8 Karten gibt es noch jeweils in den Farben Herz, Pik und Kreuz. Beim Skatspiel werden nun diese 32 Karten an drei Personen, nennen wir sie Person 1, Person 2 und Person 3, verteilt. Jede dieser Personen erhält 10 Karten. Zwei Karten bleiben übrig und die werden verdeckt als sogenannter Skat auf den Tisch gelegt. Man sieht, dass ich die Wörter rein zufällig hervorgehoben habe. Hierdurch wird betont, dass wir bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten mit einem Laplace-Modell arbeiten. Das heißt, wir sehen alle Kartenverteilungen in einem mathematischen Modell als gleich wahrscheinlich an. Beim Skatspiel besitzen die Buben eine besondere Rolle und so geht es in diesem Video um Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen, die mithilfe von Buben formuliert sind. Konkret werden folgende Fragen beantwortet. Mit welcher Wahrscheinlichkeit, und das ist die erste Frage, erhält Person 1 genau J Buben. Und das machen wir für jeden der möglichen Werte von J, nämlich von 0 bis 4. Die zweite Frage ist nach der Wahrscheinlichkeit, dass J Buben im Skat liegen. Da der Skat aus zwei Karten besteht, sind hier die Werte 0, 1 und 2 möglich. Die dritte Frage lautet, mit welcher Wahrscheinlichkeit erhält mindestens eine der drei Personen genau J Buben? Auch hier ist für J jeder der Werte von 0 bis 4 möglich. Bei der letzten Frage geht es um die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche zwei der drei Personen jeweils zwei Buben erhalten. Sehen wir uns die erste Frage nach der Wahrscheinlichkeit für genau J Buben für Person 1 an. Da die anderen Personen und der Skat ausgeblendet sind, bietet sich hier folgendes stochastische Modell an. Wir schreiben kurz K für die Menge aller 32 Karten. Wenn alle Karten Karten verteilt sind, interessiert uns als Ergebnismenge nur, welche Karten Person 1 erhält. Schreiben wir M für die Menge der Karten, die Person 1 erhält, so ist die mit Omega bezeichnete Menge aller Kartenverteilungen die Menge aller solcher M. Dabei ist M eine Teilmenge aller Karten und sie hat 10 Elemente, da Person 1 10 Karten erhält. Wir arbeiten mit der Gleichverteilung auf Omega. Wir nehmen also an, dass jede Auswahl von 10 der 32 Karten für Person 1 die gleiche Wahrscheinlichkeit besitzt. Damit wir alle Ereignisse, die die Buben betreffen, kompakt hinschreiben können, bezeichnet dieses Schmucke B die Menge der vier Buben. Es sei nun für jedes j von 0 bis 4 aj das Ereignis, das Person 1 genau j Buben erhält. Mathematisch kompakt ist das die Menge aller derjenigen Kartenauswahlen M für Person 1, für die der Durchschnitt mit der Menge B der Buben aus genau j Karten besteht. Da wir ein Laplace-Modell annehmen, ist die Wahrscheinlichkeit von aj gleich einem Quotienten. Dabei steht im Zähler die Anzahl der Elemente von aj und im Nenner die Anzahl der Elemente von Omega. Wir müssen also die für das Eintreten von aj günstigen Fälle durch die Anzahl aller möglichen Fälle teilen. Sehen wir uns zunächst den Zähler an. Person 1 soll genau j Buben erhalten. Wir wählen zunächst aus den vier Buben j aus, wofür es nach Definition des Binomialkoeffizienten 4 über j j Möglichkeiten gibt. Für jede dieser Möglichkeiten müssen wir dann aus den 28 Karten, die keine Buben sind, die restlichen 10 minus j Karten für Person 1 auswählen, was auf 28 über 10 minus j weisen geht. Dividieren müssen wir durch die Anzahl aller Möglichkeiten aus 32 Karten 10 auszuwählen und das ist der Binomialkoeffizient 32 über 10. Diese Überlegungen gelten für jedes j von 0 bis 4. Jetzt kann man der Reihe nach alle Fälle für j durchgehen. Wenn man die auftretenden Binomialkoeffizienten mithilfe von Fakultäten ausrechnet, ergibt sich p von a 0 mit etwas Geduld zu diesem Bruch, der auf drei Nachkommastellen genau gleich 0,210 ist. Mit einer Wahrscheinlichkeit von etwas mehr als einem Fünftel erhält also Person 1 keinen einzigen Buben. In gleicher Weise ergibt sich die Wahrscheinlichkeit für genau einen Buben für Person 1 zu diesem Bruch und damit zudem gegenüber oben mehr als doppelt so großen Wert 0,428. Die Wahrscheinlichkeit, dass Person 1 zwei Buben bekommt, ist gleich diesem Bruch und damit ungefähr gleich 0,289. Die Wahrscheinlichkeit für drei Buben ist gleich diesem Quotienten und der entspricht etwas mehr als 7%. Demgegenüber ist die Wahrscheinlichkeit, dass Person 1 alle Buben erhält noch deutlich kleiner, nämlich in Prozenten ausgedrückt knapp 6 Promille. Vielleicht wird es der eine oder andere schon bemerkt haben, das Skatspiel ist nur eine nette Einkleidung von vielen anderen. Ich hätte auch sagen können, gegeben sind 32 Kugeln in einer Urne, von denen vier rot und die übrigen schwarz sind. Es werden rein zufällig ohne zurücklegen 10 Kugeln gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter diesen Kugeln genau j rote befinden? Die roten Kugeln sind natürlich beim Skatspiel die Buben. Wer die hypergeometrische Verteilung kennt, wird also sofort sagen, die zufällige Anzahl der Buben von Person 1 besitzt eine hypergeometrische Verteilung und zwar mit den Parametern 10 für die Anzahl der Ziehungen sowie 4 und 28 für die Anzahl der roten bzw. der schwarzen Kugeln in der Urne. Die Frage 2, mit welcher Wahrscheinlichkeit genau j Buben im Skat sind, können wir nun schnell beantworten. Wir bezeichnen jetzt mit Omega die Menge aller zweielementigen Teilmengen aller Karten, denn im Skat liegen ja zwei Karten. Auch hier arbeiten wir mit der Gleichverteilung auf Omega. Das mit Bj bezeichnete Ereignis, dass j Buben im Skat liegen, lässt sich mathematisch kompakt in dieser Weise schreiben. Die Wahrscheinlichkeit von Bj ergibt sich als dieser Quotient der für Bj günstigen Fälle zu allen möglichen Fällen. Die günstigen Fälle zählen wir wie vorher so ab, dass wir zuerst aus den vier Buben J auswählen und in den Skat legen, was auf vier über J weisen möglich ist. Dann füllen wir den Skat noch mit zwei minus J Karten aus den 28 Nicht-Buben auf und dafür gibt es 28 über 2 minus J Möglichkeiten. Die Anzahl aller Möglichkeiten ist hier 32 über 2. Nach direkter Rechnung ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, dass kein Bube im Skat liegt, zu diesem Bruch, der etwas mehr als 76 Prozent entspricht. Die Wahrscheinlichkeit, dass genau ein Bube im Skat liegt, ist gleich diesem Bruch und der entspricht knapp 23 Prozent. Übrig bleibt die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Buben im Skat liegen und die ist gleich diesem Bruch, der ungefähr 1,2 Prozent entspricht. Die Brüche sind übrigens alle nicht ausgekürzt. Die 992 im Nenner kommt vom Binomialkoeffizienten 32 über 2 und ist gleich 32 mal 31. Analog zu den Buben von Person 1 gilt auch hier, dass die zufällige Anzahl der Buben im Skat eine hypergeometrische Verteilung besitzt. Jetzt wird es komplizierter, denn es geht um die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine Person J Buben erhält. Als Modell reicht hier die Menge der Karten, die eine einzelne Person erhält, nicht aus und so definieren wir als Menge Omega der Ergebnisse einer Kartenverteilung die Menge aller Triple M1, M2 und M3. Dabei stehe für jedes J von 1 bis 3 Mj für die Menge aller Karten, die Person J erhält. Man beachte, dass wir salopp gesprochen den Skat nicht mitschleppen müssen, da der durch M1, M2 und M3 festgelegt ist. Die Mengen M1, M2 und M3 sind paarweise disjungt und ihre Vereinigung ist eine Teilmenge der Menge aller Karten. Die Pluszeichen innerhalb des Vereinigungssymbols sollen die paarweise disjungtheit der drei Mengen betonen. Ergänzen muss ich noch, dass jede der drei Mengen 10 Elemente hat, denn jede Person bekommt ja 10 Karten. Wir nehmen wieder ein Laplace-Modell an und fragen zunächst nach der Anzahl aller möglichen Triple. Für die erste Komponente M1 gibt es 32 über 10 Möglichkeiten, denn auf so viele Weisen kann man 10 der 32 Karten ohne Berücksichtigung der Reihenfolge auswählen. Unabhängig davon, welche 10 Karten ausgewählt wurden, bleiben jetzt für Person 2 und damit zur Bestückung der Menge M2 noch 22 Karten übrig, aus denen 10 gewählt werden müssen. Und dafür gibt es 22 über 10 Möglichkeiten. Jetzt bleiben noch 12 Karten, welche das auch immer sind, übrig und daraus wählen wir 10 aus, um die Menge M3 der Karten für Person 3 zu bilden. Das geht auf 12 über 10 Weisen. Was wir hier angewendet haben, ist die Multiplikationsregel der Kombinatorik. Wenn wir hier die Binomialkoeffizienten mithilfe von Fakultäten ausrechnen, ergibt sich dieser Bruch. Wir wollen jetzt das Ereignis mindestens eine Person hat J-Buben formal hinschreiben, um für weitere Überlegungen auf sicherem Boden zu stehen. Hierzu definiere ich für jedes I von 1 bis 3 und jedes J von 0 bis 4 ein Ereignis Cij als Teilmenge von Omega. Verbal beschreibt Cij das Ereignis, das Person I genau J-Buben erhält. Mathematisch kompakt ist Cij die Menge der Triple M1 M2 M3 aus Omega mit der Eigenschaft, dass zur Menge Mi genau J-Buben gehören, was ich so ausdrücken kann. Hier noch einmal die verbale Beschreibung von Cij. Setzen wir für festes J von 0 bis 4 Dj gleich der Vereinigung von C1j, C2j und C3j, so bedeutet das Eintreten von Dj, dass mindestens eines der Ereignisse C1j, C2j und C3j eintritt und somit mindestens eine Person J-Buben erhält. Besucht ist die Wahrscheinlichkeit von Dj, und zwar für jedes J von 0 bis 4. Für J gleich 3 und J gleich 4 ist das vergleichsweise einfach, denn dann sind die drei Ereignisse, über die vereinigt wird, paarweise disjungt, da nicht mehr als eine Person 3 oder 4 Buben haben kann. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit von D4 gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten von C1,4, C2,4 und C3,4 und damit aus Symmetriegründen gleich dreimal der Wahrscheinlichkeit, dass Person 1,4 Buben erhält. Wie wir schon gesehen haben, ist letztere Wahrscheinlichkeit gleich diesem Bruch und somit ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von etwa 0,0175, dass mindestens eine der drei Personen alle Buben erhält. In gleicher Weise ergibt sich für die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine Person drei Buben bekommt, ein Wert von etwa 0,22. Um die fehlenden Fälle zu behandeln, nehme ich die Definition von Dj als Memo auf die nächste Folie. Im Fall J gleich 2 sind die drei Ereignisse rechts vom Gleichheitszeichen nicht mehr paarweise disjungt und so verwenden wir die Formel des Ein- und Ausschließens, die oft auch als Poincaré-Sylvester-Formel bezeichnet wird, sowie Symmetrieargument. Danach ist die Wahrscheinlichkeit von D2 gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten dieser drei Ereignisse und damit gleich dreimal der Wahrscheinlichkeit von C12. Wir müssen aber die Wahrscheinlichkeiten von Durchschnitten von J2 in dieser drei Ereignisse subtrahieren. Aus Symmetriegründen besitzen Schnitte von J2 dieser drei Ereignisse die gleiche Wahrscheinlichkeit und somit müssen wir dreimal die Wahrscheinlichkeit für diesen Durchschnitt abziehen. Eigentlich müssten wir noch die Wahrscheinlichkeit des Schnittes aller drei Ereignisse addieren, aber es kann nicht jede Person zwei Buben haben. Da wir die Wahrscheinlichkeit von C12 schon bestimmt haben und ein Laplace-Modell vorliegt, müssen wir nur wissen, wie viele Kartenverteilungen in Form von Triplen es gibt, sodass Person 1 und Person 2 jeweils zwei Buben erhalten. Wir können auf vier über zwei Weisen aus den Buben 2 für Person 1 auswählen. Danach geben wir Person 1 aus den 28 Nicht-Buben noch acht Karten, wofür es 28 über acht Möglichkeiten gibt. Die übrig gebliebenen beiden Buben geben wir Person 2. Aus den dann noch verbleibenden 20 Karten wählen wir die noch fehlenden acht Karten für Person 2 aus. Dafür haben wir 20 über acht Möglichkeiten. Danach können wir auf 12 über 10 Weisen aus den verbleibenden zwölf Karten 10 für Person 3 auswählen. Wenn man jetzt etwas rechnet, ergibt sich die Wahrscheinlichkeit dieses Durchschnittes zu diesem Bruch und damit die Wahrscheinlichkeit von D2 nach der Gleichung darüber zu 3 mal diesem Bruch minus 3 mal diesem Bruch. Das ergibt 5022 7192. Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine Person zwei Buben erhält, entspricht also knapp 70%. In gleicher Weise ergibt sich die Wahrscheinlichkeit von D1 mit Hilfe der Formel des Ein- und Ausschließens sowie Symmetrieüberlegungen zu dieser alternierenden Summe. Der letzte Summand tritt auf, weil jede der Personen einen Buben erhalten kann. Um weiterzukommen benötigen wir die Anzahl der Kartenverteilungen, bei denen Person 1 und Person 2 jeweils einen Buben erhalten. Wir haben vier über 1 Möglichkeiten, aus den vier Buben einen für Person 1 zu wählen. Danach geben wir Person 1 aus den 28 Nicht-Buben noch neun Karten, was diesen Binomialkoeffizienten liefert. Jetzt haben wir noch drei über 1 Möglichkeiten, aus den drei verbleibenden Buben einen für Person 2 zu wählen. Danach gibt es 19 über 9 Möglichkeiten, aus den verbleibenden 19 Nicht-Buben 9 für Person 2 auszuwählen. Zu guter Letzt können wir noch auf 12 über 10 Weisen Person 3 ihre 10 Karten geben. Analog ist es bei der Bestimmung der Anzahl der Möglichkeiten, dass jede der drei Personen einen Buben erhält. Bevor wir zu Person 3 kommen, bleibt alles wie eine Zeile darüber. Jetzt müssen wir aber aus den beiden verbleibenden Buben einen für Person 3 wählen, was auf 2 über 1 Weisen möglich ist und danach haben wir noch 10 über 9 Möglichkeiten, aus den verbleibenden 10 Nicht-Buben 9 für Person 3 auszuwählen. Wenn man jetzt fleißig rechnet, ergeben sich die Wahrscheinlichkeiten der Durchschnitte zu diesen Brüchen und damit baut sich die Wahrscheinlichkeit von D1 in dieser Weise auf. Dabei haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass Person 1 einen Buben erhält, schon früher berechnet. Wenn man hier zusammenfasst, ergibt sich dieser Bruch und damit der auf drei Stellen gerundete Wert 0,790. Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine Person genau einen Buben erhält, entspricht also etwa 79%. Es fehlt jetzt noch die Wahrscheinlichkeit von D0 und auch hier noch einmal als Memo die Definition von Dj. Mit der Formel des Ein- und Ausschließens und Symmetrieüberlegungen ergibt sich für die Wahrscheinlichkeit von D0 dieser Ausdruck. Was wir benötigen, ist die Anzahl der Kartenverteilungen, bei denen weder Person 1 noch Person 2 einen Buben erhält. Diese Anzahl ist das Produkt dieser drei Binomialkoeffizienten, denn für die Personen 1 und 2 müssen wir jeweils aus den Nicht-Buben auswählen. Damit ergibt sich die Wahrscheinlichkeit des Durchschnittes zu diesem Bruch und wir erhalten diesen Ausdruck und damit diesen Bruch für die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine Person keinen Buben erhält. Diese Wahrscheinlichkeit ist deutlich größer als ein Halb. Was jetzt noch fehlt, ist die Antwort auf die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit irgendwelche zwei Personen je zwei Buben erhalten. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass Person 1 und Person 2 je zwei Buben bekommen oder sich Person 1 und Person 3 je zwei Buben teilen oder dass die Personen 2 und 3 je zwei Buben erhalten. Dass die drei auftretenden Durchschnitte paarweise disjunkt sind, habe ich wieder durch das Pluszeichen innerhalb des Vereinigungszeichens betont. Aus Symmetriegründen ist diese Wahrscheinlichkeit gleich dreimal der Wahrscheinlichkeit, dass sich die Personen 1 und 2 je zwei Buben teilen und die haben wir auf der vorigen Folie zu 405 7192 bestimmt. Auf drei Dezimalstellen genau ergibt sich dieser Wert. In Prozentzahlen ausgedrückt tritt also der Fall, dass sich zwei Personen je zwei Buben teilen mit knapp 17%iger Wahrscheinlichkeit aufbauen. Ja, damit sind wir am Ende dieses recht langen Videos angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs anschauen und sage Tschüss bis zum nächsten Video.